Und jetzt in die Werbung Mein RTL Hallo und herzlich willkommen bei Dany27 TV Ja, ihr seht es Merch ist auch wieder am Start Gönnt euch auf Erbenbruder Basis Was nett ist Lasst euch was zu Weihnachten schenken Oder schenkt euren Freunden oder Liebsten Etwas Nices aus meinem Shop Ich würde mich auf jeden Fall mega freuen Wenn er mich ein bisschen unterstützen würde dabei Und Kuss geht auf jeden Fall an jeden raus Der sich was gönnt Ich wünsche euch auf jeden Fall Schöne Weihnachten Ja, nur so Und ich weiß, wann ihr da seid Ich würde mich auf jeden Fall Basti, guck mich hier aus, hey, Alter Hä? Wollatika Ja, so, jetzt gehe ich erstmal hier gucken Nach Geschenken, Alter Bevor ich jetzt irgendwas mache Aber wo sind die Geschenke? Ah, hier Ich will das Schütteln Schütteln Ja, steht auch da Jetzt öffne ich ein Geschenk Ich öffne ein Geschenk Boah, ist der groß Äh, das groß Ja, ja, und Und Boah, ist explodiert Äh Ja, danke, dass du wieder irgendwas anmachst Ja, klar Landen hier Okay, wir landen da Jetzt Spiegeln wir noch ein bisschen Mit den komischen Dicken Weihnachtsmallons Wie sagt Wenn wir springen? Ja, sage ich dir Bescheid Okay Jetzt Okay, ich komme Wir hatten die Welt Wir sind das B-Team Hör, das A-Team ist schon tot Ja, ist okay Ist okay Sag doch gleich Du willst LS spielen So Ich sage es doch gleich Nee, die sind nicht landen müssen Nice Boy Boy Wo bist du? Auf dem Dach oben. Wie ist denn das an der Dach? Die Dach. Die Dach! Die Dach! Die Dach! Die Dach! Die Dach! Die Dach! hier ist der laserschwert okay moment ich bin gerade hier wo bist du habe ich dem markiert was ich jetzt davon muss aufpassen irgendwann ist die leistung weg von dem das das ist nicht unendlich geschützt ja ich weiß schließen denn hier so feier damit hier vor uns hier bei mir da hat eine wand errichtet neben mir auch wo ist der spieler jetzt ja das frage ich mich auch gerade richtet eine wand und ist weg oder was das war nicht nett von dem spieler das ist irre führung hier hast du nochmal laserschwert da ja brauche ich nicht aber das hier loot hast du hier da habe ich die markiert ok ich bin erstmal kurz hier oben da hat Und... Das ist auch noch mal ne Waffe. Oh, das kann ich gebrauchen allerdings. Ich wollte doch gar nicht mehr gehen. Okay, wo lang? Weiß ich noch nicht. Geh da ins Haus. Ja, ich seh dich. Wir laufen durch die Maisfels. Maisfels. Wie so schön. Da ist ein Loot. Ich habe eine Maquette. Ich habe eine Maquette. Ich habe eine Maquette. Ich habe eine Maquette. Gute. Ich habe eine Maquette. Ja, die sind so dumm, ey. Yeah, alter. Kann man noch Munition? Ja, ich habe es gesehen. Okay, machen wir uns mal weiter würde ich sagen, oder? In die Richtung. Okay. Klar. Okay. Wir haben noch keine Sprecher gesehen. Ja, auch nicht. Und ich lebe nur noch einunddreißig Aber ich lebe nur noch einunddreißig Hab ich gerade gesagt Einunddreißiger Ey ne ich lebe nur noch einundzwanziger Hat der irgendwas gesehen? What the fuck is this? Oh no Okay Ja Ja ich könnte kaputt I bett ein paar Stufe Chäden Nicht so verdammt ruhig hier Hast du genug Muni? Ja 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 Der Stuhl hat mich gestillt Okay erbaut einfach mal sehen los Man hat mir gesagt die blaue ist besser Man hat mir gesagt die blaue ist besser Man hat mir gesagt die blaue ist besser Ich hab mich mit mir Der ist weg da oben? Nö, der ist noch da oben. Ja, weil ich hab kaum HP. Der ist hier vorne? Da ist er. Ein bisschen Sturmgewehr oder sowas. Dann gehst du nach oben. Ja, wo ist er denn? Ja, hier unten. Hab ich ja markiert. Ach so. Nicht da genau. Weißt du, wo hinten die Wand ist? Da. Da ist er. Ich seh'n. Jetzt ist wieder hoch, ne? Ja. Komm mal hier rein. Bleib doch stehen! Was soll ich jetzt? Was soll ich jetzt? Was soll ich jetzt? Ja. 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 Ich weiß nicht, dass ich irgendwo ein Auto finde und ich wiederhole. Auto gibt's nicht mehr. Ist ja egal. Boah, ich hab auch nur noch wenig. Ey, sieben unten. Das heißt, ich muss irgendwas. Alter, Basti! Ne. Dein Headset. Ne. 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 Warte, ne. Ne. Da sind ein paar Bände. heilen, oder nicht? 571 Schauberschöööön Guck mal vor mich Da vor dir ist einer Naja Egal, Schade Nice gemacht Egal, Schade Lass Vielen Dank.